Der Space Liner ist die Vision für ein zukünftiges Hyperschall-Transportsystem, mit dem Passagiere mit Raketenantrieb über interkontinentale Distanzen in sehr kurzer Zeit transportiert werden können. Man muss sich den Space Liner in etwa vorstellen wie das Space Shuttle. Das System besteht aus zwei Stufen und wir haben eine große Booster-Stufe, wir haben eine Passagierstufe, beide mit Raketenantrieb, die beschleunigen in weniger als zehn Minuten auf mehr als die 20-fache Schallgeschwindigkeit. Und danach befindet sich die Passagierstufe im Gleitflug und gleitet dann bis zu ihrem Ziel. Der Nutzen für die Passagiere des Space Liners ist insbesondere, dass sie in sehr kurzer Zeit über sehr große Distanzen fliegen können. Das heißt zum Beispiel von Europa nach Australien in etwa eineinhalb Stunden und werden wir heute um die 30 Stunden brauchen. Der Antrieb des Space Liners sind Raketentriebwerke, die mit Wasserstoff und Sauerstoff arbeiten. Das ist eine Technologie, die wir im Prinzip heute schon haben, die beim Space Shuttle zum Einsatz kam, die bei der Ariane 5 zum Einsatz kommt. Wir sind heute in einem sehr frühen Entwicklungsstadium und wir denken, dass wir für die Space Liner-Entwicklung, damit es auch sicher und auch kostengünstig betrieben werden kann, so etwa 30, 40 Jahre noch brauchen. Wir haben im Jahr 2005 mit den Arbeiten am Space Liner begonnen. Wir werden in den nächsten Jahren hier im Institut für Raumfahrtsysteme in Bremen im Kryolabor superleichte Tanks mit Kryogenen, das heißt mit sehr kalten Flüssigkeiten betanken und enttanken und dann auch Schwab-Versuche durchführen. Wir werden gleichzeitig auch einige Versuche zum Beispiel zu Vibrationen von Subkomponenten durchführen. Musik 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 Das Space Liner-Projekt interessiert mich sehr viel. Auf dem Grund, weil ich muss selbst sehr oft nach Australien zurückfliegen. Und es ist ein ganz, ganz langer Weg, das dauert ungefähr 30 Stunden. Und von einem persönlichen Standpunkt mit Space Liner in 19 Minuten zu fliegen, das ist sich das verdächtig ausgezeichnet sein, auf jeden Fall. Ich heiße Olga Trivalo, ich komme aus Australien und ich mache meine Doktorarbeit bei der Abzahlung Systemanalyse Raumtransport hier. Die Thema von meiner Arbeit ist so ein besonders Cost Engineering und das heißt so, wir versuchen zu, ja, Forschung zu machen über unterschiedliche Kostenmodelle und Motoren. Dann ist diese Motoren und Modelle zu benutzen für Space Liner. Am Anfang wird es sicherlich von den Flugkosten ähnlich liegen wie der Space Tourismus mit Virgin Galactic. Das heißt, es werden sich Firmen, denen die Reisen leisten können. Langfristig streben wir an, dass das in etwa in dem Premium-Segment des heutigen Luftverkehrs angesiedelt ist. Ähnliche Systeme, basierend auf der Technologie des Space Liners, könnten auch in den Orbit fliegen und damit zum Beispiel an die ISS andocken. Und das ist auch ein Teil der Vision, nämlich die Kosten des Raumtransports zu reduzieren, indem wir einen neuen Markt öffnen für den interkontinentalen Passagierflug. Dann können wir auch die Kosten für den Transport in den Weltraum reduzieren. Für mich bedeutet das, vielleicht ich kann am Wochenende oder so für Urlaub oder eine Woche zurück nach Hause fliegen und dann zurück nach meiner Arbeit in Deutschland.